Ich wollte mich noch weiter informieren, wie das Ganze abläuft und hab mal auf der Website geschaut und mir stand, es gibt einen Studieninformationstag. Und hab dann spontan zu meinen Eltern gesagt, lass uns mal hierhin fahren. Ich bin wirklich gerade baff, hab den Rundgang eben mitgemacht. Phänomenal von der Optik her, die Leute sind alle sehr nett. Die Bundesbank ist jetzt eine Institution, die ist einmalig in Deutschland und auch einfach was Besonderes. Dass man halt auch die Möglichkeit hat, die Praxisphase im Ausland zu machen. Und halt auch wirklich dort zu leben, mal eine Zeit lang. Dass es ganz so international ist. Man hat sehr viele Freizeitmöglichkeiten, ich zum Beispiel spiele Tennis, also das kann ich hier auch weitermachen. Dass der Auslandsoffenheit auch komplett bezahlt wird. Und natürlich die Verbeamtung ist auch eine Sache, die natürlich einen reizt. Ja, ich werde mich hier bewerben. Ich habe mich bereits beworben, ja. Vor zwei Wochen ungefähr habe ich mich beworben. Dass ich die Zusage dafür habe. Da drücke ich mir selber beide Daumen.